Ich bin Ansgar. Ich weiß, der Name erinnert wahrscheinlich den einen oder anderen an die Nachttischlampe eines schwedischen Möbelherstellers. Tatsächlich ist der Name wirklich sehr nordisch und bedeutet so viel wie Sperrgottes. Habt ihr einen Augenblick Zeit? Ich würde euch ganz gerne was über mich erzählen. Ich bin 36 Jahre alt und wie ihr sehen könnt, ein Naturbursche. Ich wohne ungefähr 50 Kilometer nordöstlich von München und liebe die Ruhe. Mein Beruf? Ich bin Pilot. Pilot für eine große deutsche Airline und ich fliege Langstrecke. Meine große Leidenschaft gilt der Schauspielerei, wo wir auch schon beim Thema wären. Schauspielerei war für mich relativ angenehm, da ich ein gewisses Grundwissenschaft mitgebracht habe, weil ich früher Theater gespielt habe. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass ich sehr gerne in gewisse Klischee-Räumen gesteckt worden bin. Das heißt, Pilot, komischerweise. Verstehe ich gar nicht warum. Das ist toll, das mache ich auch unheimlich gerne, will ich auch weiterhin machen, aber ich kann noch mehr. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald. Bis bald. Bis bald! Is WGOB conduelt. Vielen Dank.